Ich habe mich sehr darauf gefreut, Annalena Baerbock einmal persönlich zu erleben und heute hat das hier funktioniert. Was mir auffällt, wenn ich aufnehme, dann höre ich normalerweise nebenher die Tastenschläge von mir und die stören den Ton. Annalena Baerbock redet aber so laut, dass dieser Effekt heute nicht da war. Ich habe hier eine Frage gestellt, mit der ich schaute, wie es sattelfest ist. Ich wollte von ihr wissen, wie hoch der deutsche Anteil am weltweiten CO2 ist, weil Deutschland will ja die Welt retten und da ist die Frage sehr wichtig, wie groß ist der deutsche Anteil. Schauen Sie sich die Szene an. Herr Reitschüster von Reitschüster.de, Sie wollen ja aus Deutschland das Weltklima retten. Wie hoch ist denn nach Ihrem Kenntnisstand der Anteil Deutschlands am weltweiten CO2-Ausstoß? Ich will, dass wir das Pariser Klimakommen umsetzen, was alle Staaten dieser Welt gemeinsam beschlossen haben und zum Glück ist die Bundesrepublik Deutschland ein Teil der internationalen Weltgemeinschaft und da muss jedes Land seinen Beitrag zu leisten, insbesondere die Industrieländer, was wir ja sind als Bundesrepublik Deutschland, als Europäerinnen und Europäer, weil wir historisch unseren Wohlstand auf der Verbrennung von fossilen Energien aufgebaut haben und andere Länder in dieser Welt, die gar nichts dazu historisch beigetragen haben, auch die gesagt haben, wir machen alle beim weltweiten Klimaschutz mit und deswegen muss natürlich auch Deutschland, was mit Blick auf die Emissionen, natürlich eine Emissionsrate, die eher 2% ausmachen, aber seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten und das ist nicht ein Klimaschutz für andere Regionen der Welt, sondern es ist ein Klimaschutz zum Schutz unserer Sicherheit in unserem Land und vor allen Dingen immer stärker zum Schutz unseres Wirtschaftsstandorts Deutschland, weil wenn wir uns nicht auf den Weg zur Klimaneutralität machen, dann werden die Autos der Zukunft demnächst nicht mehr in Baden-Württemberg oder anderen Regionen dieses Landes gebaut, sondern in China oder in den USA. Kritiker sagen ja aber, das sei die falsche Priorität, wenn zum Beispiel China neue Kohlekraftwerke baut, wie gehen sie mit dieser Kritik um, weil selbst wenn Deutschland die CO2-Mission auf Null setzen würde, was ja unmöglich wäre, wäre damit weltweit ja noch nichts gewonnen. Ja, aber mir sagen vor allen Dingen viele Menschen, jetzt macht endlich mal und redet nicht einfach so, weil alle erkannt haben, Klimaschutz geht nur gemeinsam und die Welt hat sich darauf verpflichtet, klimaneutral zu werden, das bedeutet, jedes Land muss das tun, auch China muss das tun, das tun die Länder unterschiedlich. China hat selber Klimaneutralitätspläne und ist selber dabei Kohlekraftwerke zu haben, so wie es in Deutschland auch weiter Kohlekraftwerke gibt, aber mit einem Fingerzeig, der eine hat nicht, kommt man in der Politik selten weiter. Ja, sehr spannend. Sie hat nicht sofort diese 2% geantwortet. Wusste sie es nicht? Hat sie es sich per Handy zuschicken lassen? Ich weiß es nicht. Ich konnte nicht so genau verfolgen, ob sie danach sah oder nicht oder wollte sie die nicht nennen, weil das natürlich nicht so sonderlich wirkt. Sie hat sie auf jeden Fall genannt. Von daher, wenn es ein Examen gewesen wäre, müsste man sagen bestanden. Das muss man ihr ganz klar zugestehen. Die Antwort ansonsten war in meinen Augen etwas ausweichend, weil das sich China verpflichtet hat. Die Kommunisten in der DDR hatten sich auch verpflichtet in ihrer Verfassung, dass man frei reisen kann, dass alles wunderbar ist. Also hier darauf zu verweisen, China hat sich ja verpflichtet. Das halte ich für sehr daiv und auch nicht für Kanzler-like. Na gut, sie kann es sagen natürlich. Aber bei Frau Baerbock habe ich den Eindruck, dass sie wirklich daran glaubt, dass sie das nicht nur sagt. Dann war noch sehr überraschend. Also sie redet ja wirklich ausgesprochen schnell und wenn man dann im Saal ist, dann ist es tatsächlich so. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich teilweise dann wirklich mich extrem anstrengen musste, um diesem Redefluss zu folgen. Und teilweise, weil das ohne Punkt und Komma geht, hat man dann auch, ich zumindest subjektiv, den Eindruck, dass da wenig Akzente gesetzt werden. Jetzt hier noch ein paar andere Fragen und ausschnittsweise die Antworten. Die gesamte PK habe ich mitgefilmt und die stelle ich auch ins Internet. Unten werde ich den Link reinstellen. Für diejenigen, die unersättlich sind, die können dann eine Stunde, 15 Minuten Annalena Baerbock ohne Unterbrechung ansehen. Vielleicht gibt es da ja Fans, die das gerne machen. Aber hier jetzt nur ein paar kurze Fragen und Ausschnitte. Was mir auffiel, der sehr milde Umgang der Kollegen mit Frau Baerbock. Eine gewisse Sympathie fand ich, dass da schon da war. Voila! Sie haben gerade eine Säule Ihrer Klimapolitik erwähnt, die auch von anderen nicht genannt wird. Loss in damage, also Entschädigung für den erweiterten Verlust. Wie soll das im Fall der Hochwasserkatastrophe denn konkret funktionieren? Wie soll ein Freund Arbeiter, der einen Bauzweck geschwemmt wird, beweisen, dass das mit dem Klimawandel zu tun hat und wer soll das dann bezahlen? Dann hätte ich gleich noch mal angefragt. Ja, manches ist fast erstaunlich. Auf den Klimakonferenzen, wo ich in der Vergangenheit als klimapolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion immer auch dabei sein konnte mit der deutschen Delegation, hatten Umweltministerin eben Klimaversicherungen für andere Länder vorgeschlagen, was Deutschland zu Recht und zum Glück immer auch mit unterstützt hat diese Klimaversicherung für andere Regionen der Welt auf den Weg zu legen, weil eben da gerade Wirbelstürme ja schon frühzeitiger dazu beigetragen haben, dass Menschen alles verloren haben, was sie hatten. Es gibt heute von Seiten des BUND und Greenpeace im Forum, die Konkurrenten Armin Laschet hat uns in der Interview gestern gelogen, ein Zitat, oder sei zumindest war schon von mir gewesen, als es behauptet hätte, die Umweltverbände hätten einen oder anderen Augenblick bis 2038 statt 2030 vorgeschlagen. Sie haben ja erwähnt, Ihre Partei war auch bei der Gespräch dabei. Schließen Sie sich dem vor der Verbände an. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe das Sommerinterview nicht gesehen, deswegen kann ich mich jetzt nicht an irgendwelche Wortwahlen anschließen, aber was ich ganz genau weiß ist, dass wir mit allem, was wir hatten, eben nicht nur in den Jamaikaverhandlungen und erst recht die Umweltverbände vor vier Jahren, nicht erst vor vier Jahren eigentlich mit dem Pariser Klimagipfel, der uns ja zum Auftrag gegeben hat, aus der Kohle auszusteigen. Und es gibt ja auch eine weltweite Allianz von Staaten zum Kohleausstieg. Da hat sich diese Bundesregierung immer verweigert. Danke, Herr Jung. Danke, Herr Kollege. Wir wollten auch, dass die Aussagen von Herrn Laschers besten Abend zurückkommen. Er hat, Zitat, gesagt, wir haben eine Kohlekommission gehabt mit Wissenschaftlern, Greenpeace, mit dem BUND, mit Professor Schell, die, sagt Herr Laschet, haben das Datum 2030 vorgeschlagen. Wenn der Laschet das behauptet... 2038. 2038, Entschuldigung. Die haben das Datum 2030 vorgeschlagen. Wenn der Laschet das behauptet, dann... Hat er entweder nicht zugehört? Die Ministerpräsidenten in Kohleländer waren ja auch immer mal wieder eingeladen in diese Runde. Und was soll ich das jetzt kommentieren? Ich mache eine Politik, wo ich sage, okay, gucken wir uns an, was in der Realität passiert. Ja, und genauso spannend wie die BPK, hätte ich fast vergessen, die Frau Baerbock hat tatsächlich jetzt in einem Interview in einer Schule, hat sie das N-Wort gebraucht. Und ich wäre der Letzte, der ihr da einen Strick draus dreht, zumal sie das offenbar nicht als Schimpfwort gebraucht hatte. Aber jetzt ist die große Aufregung in der Berliner Wasserglase, im Berliner Wasserglas, der Sturm im Berliner Wasserglas, weil sie das N-Wort gebrauchte. Und man wirft ihr auch vor, dass sie Boris Palmer deswegen aus der Partei ausschließen wollte, weil er das vor ein paar Wochen machte. Und jetzt bei ihr selber, da sagt sie, es ist etwas völlig anders, war offenbar auch anders. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das inzwischen ein Kindergarten so wirkt, dass zumindest anders kann ich das nicht mehr auffassen. Schauen Sie sich diese ganze Geschichte mit dem N-Wort auf meiner Seite an. Mich erinnert es an das Leben des Brian. Viele von Ihnen kennen den Film, wahrscheinlich von den großen Komikern, von den Mountie Pines. Wenn Sie es sich nicht angeschaut haben, dann machen Sie das bitte unbedingt. Und da wird jemand gesteinigt, weil er das Wort Jehova gesagt hat. Und das ist der Grund, dann ziehen das durch den Kakao für die Steinigung, das falsche Wort ausgesprochen zu haben. So ähnlich ist das hier inzwischen offenbar mit dem N-Wort. Das war eigentlich schon der Witz, da brauchen wir heute gar kein Backstage, denn das war heute inkludiert hier bei diesem kurzen Bericht über Annalena Baerbock. Grüße aus der Bundespressekonferenz. Nächste Frage, der Herr Ratschuster.